Hallo und herzlich willkommen zu gepflegten Lego-Datum. Guten Tag. Immer noch zu Lego Dimensions, bei den T-Packs. Aber macht ja Spaß. Heute Jurassic World. Schöner Film. Heute macht es die Menge, also nicht die Menge an Steinen, sondern die Menge an Päckchen. Ja, am Päckchen. Wir kriegen den Tisch noch voll. Genau, zum Schluss gibt es so ein Finish-Foto, Kamerafahrt. Kamerafahrt, ja. Kamerafahrt. Dann gib mir schon mal die Hose, die richtige. Nein, falsche Hose. Dann hast du meine Hose. Wie war das nochmal bei Lego Movie? Schatz, wo ist meine Hose? Ja, ja, da war was mit Hose. Das war die Gassenhauer. Ich weiß schon, ich habe ihn jetzt auch eine Weile nicht gesehen. Aber ich habe im Rüben im Regal stehen. Da fehlt mir allerdings das Videospiel noch. Lego Movie, der Film, das Spiel. Lego City an der Cover habe ich, aber Lego Movie... An der Cover höre ich mir auch noch, ja. Der lohnt sich auch richtig. Wobei, doch, da habe ich tatsächlich eine Let's Play von. Aber es ist schon ewig, ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Und die haben auch nicht 100% gespielt. Ja, machen ja die wenigsten nicht. Weil da gibt es echt saumäßig viel. Ist meine Plattform? Nein, ist das deine. Das ist deine. Das ist meine. So, da wollte ich noch sagen. Wobei Lego City Undercover geht es auch für den DS, ne? Ja, genau. Müsst du mal im Grunde auch noch... Ja, Lego kriegt schon noch Kohle von mir. Ja, das wollen wir auch noch bringen. Egal, wie viel wir jetzt noch opfern, es gibt noch mehr. Also, ich bin noch nicht fertig damit. Von den Sets, ja, stimmt. Was sind sie denn alle? Ich will alle haben, auf jeden Fall. Das ist ein Sammel. Guck, ich habe euch noch nicht mal ran gesucht. Was? Die haben die Film gut aufpassen. Ja, dann stellen sie mal nach vorne, dann können sie noch mal gucken. Ich kenne die Namen nicht. Tobias wahrscheinlich auch nicht. Da sind sie. Ohn und ECU steht da. Was für dich die Namen sind? Ne, glaube ich nicht. Ohn. Ohn und Akku. Akkuleer. Okay. Ich baue die Sphäre auf, da habe ich jetzt Bock drauf. Die Sphäre finde ich nämlich cool. Und gleich so ein Fummelkram. Ich freue mich. Ja. Die Sphäre ist wirklich cool. Da sind sie ja mit dem Pfeil unterwegs. Ja, mehr weiß ich von der Film auch nicht. Außer, dass er genauso doof anfängt. Ja. Oh mein Gott, wir haben vergessen, das Tor zu machen. So ungefähr. So ist es ja. So was selbliches. Irgendwie muss der Film starten. Ja, aber es muss doch nicht immer so sein, wie in den Filmen davor. Der zweite Teil fängt schon doof an. Komm, wir fahren noch mal zur Insel. Dinosaurier gucken. Ja, warum macht man denn das, wenn die noch wissen, dass sie noch da sind. Dann bleibt man eben weg. Tja. Theoretisch hätten die Dinosaurier sogar über das Wasser fliegen können. Mhm, richtig. Nächstes dann Jurassic Park New York oder so. Wie Gott sei Dank, der kam schon hier auch über das Wasser. Naja, das war das. Gibt es eigentlich auch den nächsten zweiten Teil? Weiß ich gar nicht. Von Jurassic World weiß ich noch nicht. Nee, auch nicht mehr. Muss auch nicht sein. Es gibt Dinge, die brauchen wir nicht. Ja, wenn du den zweiten auch noch findest, wäre super. Ja. Zwei. Vier mal lang, Schriftzeit. Kannst ruhig umdrehen. Wow. Eindeutigstigen. Das drauf. Ich habe so Block. Oh, mit Kamera. Ja. Erinnerungen werden festgehalten. Oh Gott. Einen blauen da drauf. Jetzt weiß ich, warum es nicht so ist. Nächste Seite. Oh, klappt mal zwei Steine. Jetzt weiß ich auch, warum es nicht als Beihelf zwei haben. Das käme ja zu teuer mit den ganzen. Wenn du auf jeder Seite nur einen Stein hast. Hm, da. Eine Antenne. Und blauen. Lübsche. Der Antenne kommt nach oben. Okay. Und die kommt durch die andere Seite. Wer hätte es gedacht? Genau das Gleiche. Genau. Aber viele Teile sind es ja nicht. Das waren es bisher nie. Aber vielleicht brauchen wir diesmal wieder alle. Ich meine auch für den Dinosaurier. Das ist ein bisschen wenig. Das hier wird ja auch keiner. Nein. Das liegt ja noch auf dem Tisch. So, wie geht das? So, okay. Dann ergibt das Sinn. Vielleicht wird es ein kleiner Diversorg. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wie kommt das dann drauf? Ist da schon einer drauf? Nein. Das ist ja noch ein kleiner Diversorg. Das ist ja auch ein kleiner Diversorg. Ja. Das ist ja noch ein kleiner Diversorg. Das ist ja auch ein kleiner Diversorg. Und dann kommt das blaue noch da drauf. Und das war es. 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 Muss man jetzt alles alleine machen. Und jetzt muss man alles alleine machen. Cool. Das ist halt was. Das ist richtig schön. Mach da auch was her. Dann einmal den Dinosaurier-Messier. Ja, einmal den Dinosaurier. Bunnisch. Ja, bunnisch. Das darf ich. Fertig. Genau, fertig. Boom, blattes Schild. Alles fertig. Das kann echt nicht viel sein, wenn ich das umgucke. Das sieht zu wenig aus. Ja, wird voll sterben. Mach schon mal eine Seite weiter. Durchsichtig, durchsichtig. Was machst du denn da? Oh, den Kopf. Echt? Blind? Ja, das kann man doch gut sehen. Immer doch blind. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. So, der wird wirklich nicht groß. Im Film ist er so riesig. Ich weiß nicht, wo der Kopf drauf sitzt. Das sieht so merkwürdiger aus. Ja, grüne Arme. Okay. Die haben sogar eingefärbt. Auch nicht. Sie haben keine Kosten und Müll gescheut. Authentizität bleibt der Hand. Ja, das ist ja Lego immer groß. Bei. Für Lego ist man auffällig nie zu alt. Ach. Wobei 7 bis 14 steht da drauf. Und was halt das so heißt? Ja, genau. 7 bis 14. Das ist bestimmt keine Jahresangabe. Keine Altersangabe. Wer weiß. Wir dürfen das nicht mehr spielen. Wir sind zu alt für den Mist. Nein. Quatsch. Wäre auch ein enges Zeitfenster. 7 Jahre. Ja, das stimmt. So. Hier. Sicher? Mhm. Die 2 Punkte, ja. Ja, wir müssen kontrollieren. Das war schon mäselig. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal, ne? 2 Mal das bauen. Also kannst du gerne mitbauen. Ach so, das 2 Mal bauen. Ich dachte schon, du brauchst den Kopf noch mal. Sehr intelligent ist hier, du brauchst 2 Köpfe. Ja, richtig. Wir brauchen wieder alle Teile, wie es da sind. 2 Mal. Ähm, was? 2 Mal. Genau. Hä? 2 Mal das und 2 Mal das, hä? Ähm, ja. Das ist so. Da muss das so. Das sind die Krallen, ne? Das sind die Krallen, die Fußkrallen. Komm vorne vor. Cool. Irgendwas ist ja nicht richtig. Bei dir ist was nicht richtig. Ja, jetzt kannst du den auch dran machen. So, die Arme. Beine. Die armen Beine. Deswegen ist das durchsichtig hier, damit man denkt, der steht. Ja, damit man denkt. Jo. Der kann laufen. Wahnsinn. Geiles Ding. Haben wir auch mal einen Dinosaurier aus Leggo. Ja, das ist so was Neues. Dem fällt es alles ab, oh Mann. Ja, sein Pfeil ist nicht so stabil. Auch mal als Größenvergleich. Hm. Ja. Können Sie die Hände geben. Und der verletzt ja nicht seine Perücke. Das ist eine Käppi. Das ist für Wünsche. Also. Tja, das war's. Das war das, der Bock. Auf zum nächsten. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.